Ihr alle erinnert euch bestimmt an die Scum Challenges von Black Ops 3. Als Scumpy diese Videos damals gemacht hat, hat jeder versucht auf die Scum Challenge zu gehen und auch in Deutschland kamen sehr viele Scum Gameplays raus. Ich habe eine kranke Runde in Team Deathmatch erspielt, aber Leute, ich weiß nicht, ob es die Scum Challenge ist. Ihr könnt selber in den Kommentaren entscheiden, ob es so ist oder nicht. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine Scum Challenge, sonst würde ich es ja auch nicht in den Titel schreiben, Leute, aber deswegen das Fragezeichen dort. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ein Abo auf diesem Channel für mehr Black Ops hier, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, und jetzt sage ich Film ab und viel Spaß. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem Live-Kommentary hier auf meinem Channel. Ich werde das Ganze uncut für euch lassen, soweit wie es geht. Vielleicht werden doch ein, zwei Cuts drin sein, wenn so jetzt komplett unnötige Stellen sind, die man rauscutten muss, wo man jetzt einfach nur wartet, sage ich mal. Wir haben jetzt unsere Noob-Klasse dabei. Ich habe euch mal im Klassen-Setup-Video gesagt, diese Noob-Klasse, die man in Lobbys machen kann, wo du ein paar Noobs hast. Und die Lobby sieht auf jeden Fall sehr gut aus hier. Ja, kein Prestige drin, meine Team-Mails sind schlecht, kann auf jeden Fall was werden. Schauen wir mal. Ich darf nur jetzt nicht sterben, Dankeschön. So, das sind die ersten drei. Ich glaube, meine Waffe leuchtet auch schon auf. Nee, oder? Nee, war kein Dreifachabschuss, okay. Du fragst, warum? Keine Ahnung, wo steht du? Ahmen wir erstmal hier kurz ab. Ich glaube, hier kommt nämlich gleich einer. Oder auch nicht. Ich spawn da. Ich spawn da einfach eiskalt weiter. Das war mein Abschluss, aber egal. Ich muss auch gucken, dass ich ein paar Gegner plündere, weil ich habe nicht mehr viel Munition, glaube ich. Und die Muni geht auch mega schnell leer hier bei der Waffe. Boah. Trifft er mich noch eiskalt so gut. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir die mal so ein bisschen outspawnen lassen. Der eine schimmelt hier oben in der Ecke. Erledigt. Mhm. Hellstorm wartet auf Einsatz. Okay. Ich spawn jetzt weg. Ja. Äh, ich bin auch nicht ganz weg. Okay, alles klar. Boah, ey, es ist ein Spitz am Boden. Ja, Bruder, ich muss hier in den Nuklear reißen. Das ist gerade die beste Lobby aller Zeiten. Korrekt. Ein Abschuss. Wie bei mir? Ich liebe meinen Job. Ajax erledigt. Muss kurz nachladen. Nein, 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 nein. Ich bleib auf dem Teppich, Digga. Ich habe keinen Ahnung. Los. Ich muss kurz jetzt hier am Leben bleiben, Leute. Da hinten sind die gespawnt. Okay, let's go, baby. Let's go. Nein, 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 nein. Neeeee... Ich glaube, ich wäre aber so oder so da reingerannt, ne. Scheiße, man. Komm, ich mache eine Scum Challenge oder irgendwie sowas in der Art. Ich hau jetzt mal einfach mein Dings draus. Mein Hubschrauber raus. Ey, das triggert mich gerade hart. Oh, der sitzt hier in der Ecke. Egal, wie schlecht sind die Gegner. Ich komm gerade auf mein Leben nicht klar. Wow, das ist ja kein Kill gewesen So, dann gehen wir da mal rein Und holen uns die, die da Okay, der ist down Spawn jetzt out wieder Bro, ich mach jeden scheiß Kill hier in der Lobbygab Kann das sein? Meine T-Mails sind komplett dog Wo sind die Gegner? Da hinten Komm, gib mir alle Kills, gib mir alle Kills Gib mir jeden 1st einen Kill hier Ich lauf da so rein, ist mir scheißegal Dachte mir jetzt eigentlich wie ein Turn-On Da hinten ist auch noch einer Okay, komm, schnell Hellstorm, schnell Hellstorm Jawohl, Triple Komm und jetzt spawnt hier Ein Gravity Spike auf den Nacken Nächster Chopper, nächster Chopper T-Mails dürfen keine Kills machen, Mann Schade, die machen Kills gerade Ah, ich hätte glaube ich einen fetten Rekord hier aufgestellt Oh Gott Oh mein Gott Keine Munition mehr, das war's Oh mein Gott, Tega, was passiert hier, Alter? Gramos ihn, Alter, Tapu Fire Break, go der Bro Ja, ja, ja Vamos B ver Wir kennen die Tschüss Oh mein Gott, Digga, ich habe 50 Kills gemacht. 50 zu 1. Bro, das war gerade die komplette Zerstörung. Ey, Dinger, ich will nicht über die Lobby reden. Klar, die war absolut gut, kann man nichts sagen. Aber was habe ich dir gerade angestellt? Ich habe extra nicht aufs Scoreboard geguckt, Leute. Lasst alle einen Daumen nach oben da, damit ich mich freue, wenn wir 5.000 Likes auf dieses Video schaffen für diese Zerstörung, Alter. Holy shit, Leute. Ich beende das wieder an der Stelle. Haut rein, bis zum nächsten Mal und peace.